Kaffee und Konzala, Sarah Harrisons Tricks im Mama-Alltag Das Leben als Mama ist kein Zuckerschlecken. Seit November 2017 gibt es Sozial-Media-Sternchen Sarah Harrison, 26, und ihren Göttergatten Dominik, 26, nur noch mit Anhang, ihre gemeinsame Tochter Mia Rose hatte Brünetten nicht nur augenblicklich das Herz, sondern insgesamt auch eine gute Portion Schlaf gestohlen. Für die Vollblut-Mutti ist das aber überhaupt kein Problem, das sind ihre ultimativen Mama-Tricks. Bromiflas fühlt danach wie vor strahlendem Boazim-Luxus- und Wellness-Huttle-Madelein auf den Zahn und erfährt, eigentlich kann sich die Neumama kaum beschweren. Als selbstständige Workaholics können immerhin beide Ältere-Anteile rund um die Uhr für ihren Sprössling da sein. In der Nacht machen wir Schichtwechsel und dann funktioniert das einfach. Und wenn wir mal müde sind, dann hilft bei Mia ein bisschen Konzala und eine Tasse Kaffee, gibt sie ihr Geheimnispreis. Eingesessene Harrison-Fans wissen aber, dass es am Donnerstag dann doch zum Mama-Kindschodo gekommen ist, vor lauter mehr Stress hat die Promi-Mama zwar nicht verschlafen, aber dafür verpennt, ihr Kleid für ihren Auftritt bei den Abutu-Awards in München einzupacken. In ihrer Kohlen-Notfall-Yearans konnte sie bei Domicik in der Kategorie Fitness dann aber immerhin ganz hemmungslos Freudenspunge machen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020